Es freut mich, dass wir unser Studium im Buch Hiob fortsetzen können und wir kommen heute zu einer Betrachtung, die ich finde sehr entscheidend ist. Sie ist übertitelt mit Ausgleichende Strafe. Es geht darum, ist Hiob von Gott bestraft? Gibt es eine Strafe Gottes oder gibt es keine Strafe Gottes? Straft Gott, straft er eben nicht. Und wenn ich ein wenig am Anfang in der Rede Bilders von Schuach in Kapitel 8 einsteige, dann zeigt uns das etwas. Wie lange willst du solche Dinge reden und sind die Reden deines Mundes wie ein ungestümer Wind? Meinst du, dass Gott ungerecht richtet oder der Allmächtige das Recht verkehrt? Wenn deine Söhne gegen ihn gesündigt haben, so hat er sie wegen ihrer Schuld verlassen. Wenn du dich an Gott wendest und zu dem Allmächtigen fließt und so weiter, wenn du rein und redlich bist, so wird er sich wegen dir erheben und deine Wohnung wieder aufrichten, um deiner Gerechtigkeit willen. Hier, und das ist die Grundsatzdiskussion, die wir im Hiob finden und auch sonst unter den Menschen. Wie sollen wir denn die Strafe Gottes oder wie sollen wir die Konsequenz für die Sünde oder die Konsequenz fürs Fehlverhalten einschätzen? Und wenn man die zwei Dinge, das Gesetz und die Gnade nicht kennt, dann kann man das nicht richtig einschätzen. Und dann kommt man auf so eingleisige, sage ich, Schlussfolgerungen, die in ihrer Essenz richtig sind und dennoch die Art und Weise, wie sie angewendet, völlig falsch sind. Wir bedenken, was kommt zuerst, das Pferd oder der Wagen? So, lasst uns kurz wiederholen. Es gibt nur eine Ursache für alles Leid. Und diese Ursache ist die Übertretung dieses einfachen Gesetzes. Ich nehme von Gott, ich verarbeite es, um es weiterzugeben und daraus entsteht eine Frucht. Und die Übertretung dieses Gesetzes führt zu allem Leid. Eine Ursache, alle? Wie viel leiden? Alle leiden. Drei Gruppen des Leides haben wir gesehen. Es gibt denen, der das Leid macht, der leidet, die, die mitbeteiligt sind, die leiden mit und die, die nicht beteiligt sind, haben Mitleid und leiden auch mit. Alle leiden. Das Universum ist durch die eine Sünde des Satans in eine Mitleidenschaft, in dem Sinne ins Leiden gebracht worden und es wird nicht befreit werden, bis der Leidverursacher noch existiert. Jetzt sieht ja das Übel nicht so aus wie übel. Deshalb musste Gott und deshalb hat Gott eingebaut, Konsequenzen und auch Gericht für die Übertretung des Gesetzes. Er hat die Dinge festgelegt. Gott ist immer noch derjenige, der alles lenkt und wenn er die Gesetze gemacht hat, dann hat er auch ihre Konsequenzen festgelegt. Und dafür gibt es zwei. Gott, er ist eins mit seinem Gesetz, er gibt es, es ist die Grundlage allen dessen, was er geschaffen hat. Und der Mensch oder jedes Wesen, das hier in diesem Universum lebt, steht unter diesem Gesetz. Weil es ist ja nur das Nehmen und das Geben. Und wenn dieses Gesetz übertreten wird, dann, und man kann es ja nur von moralischen Wesen übertreten, alle anderen, wie unsere Erde, die Tiere, die übertreten das Gesetz, aber sie übertreten es nicht, weil sie eine Wahl hätten. Sie sind in Mitleidenschaft gezogen, dadurch, dass sie abhängig sind vom Menschen. So, das Gesetz wird übertreten von einem moralischen Wesen. Und dann gibt Gott eine Konsequenz. Und die Konsequenz sind zweifach. Einmal sind es natürliche Folgen aufgrund des falschen Handelns. Oder es sind auferlegte Folgen aufgrund des falschen Handelns. Ich möchte das noch ein bisschen besser erklären. Was sind natürliche Folgen? Natürliche Folgen sind von Gott festgelegte Konsequenzen für die Übertretung, wenn es um die Bedürfnisse des Lebens geht, wenn diese nicht erfüllt sind. Gott hat zum Beispiel festgelegt, dass wenn wir die Hand auf eine heiße Platte tun, wir uns verbrennen, weil er hat ja unsere Haut und unseren Körper abhängig gemacht von einer gewissen Temperatur. Das ist eine direkte, eine natürliche Folge eines Übertretens eines Gesetzes fürs Leben. Es geht gegen ein Bedürfnis. Wenn ich einen Schlag oder mit einem Messer, mein Körper geschnitten wird, das ist auch eine natürliche Folge. Ich habe einen natürlichen Schaden. Wenn ich nicht schlafe, habe ich einen natürlichen Schaden. Wenn ich zu viel esse oder zu wenig. Wenn ich das falsche esse, trinke, atme und mich vergifte, habe ich eine Konsequenz. Das ist eine natürliche Folge. Und wenn ich die Unfähigkeit habe, Gottes Liebe auszuüben. Wenn der Geist nicht mehr lieben kann, der, dem ihm was Übels getan hat, hat er eine natürliche Folge der Krankheit und der Funktionsstörung in seinem Leben. Diese Konsequenzen sind von Gott festgelegt und wir werden noch im Detail darauf eingehen. Gott hat es so gemacht, weil er uns ja in das Gesetz gestellt hat. Und wenn dieses Gesetz, wenn die Gesetz übertreten wird, kommen natürliche Folgen. Dann kommen die auferlegten Folgen. Und auferlegte Folgen sind von Gott festgelegte Konsequenzen für die Übertretung des Gesetzes, welche keine natürlichen Folgen auslösen. Das heißt, nicht zu einem direkten Bedürfnismangel führen. Was sind das für Gesetzesbrüche? Der Unehrlichkeit, der Lug, der Betrug macht nicht krank. Er führt zu keiner wirklichen Folge, die wir jetzt sehen würden im Leben des Menschen. Eine Not brächten. Das Stehlen bringt den Menschen in keine Not. Die Hurerei, der Ehebruch bringt den Menschen nicht in eine direkte Not. Der Mord oder die Gewalt aus Lust getan bringt den Menschen nicht. Und du musst Gott hier extra eingreifen, um für diese Übertretungen eine Folge zu geben. So, das sind die zwei grundsätzlichen natürlichen Folgen und die auferlegten Folgen. Und wir wollen sie ein wenig betrachten, wie sie sich darstellen. Von Luzifer angefangen und ich gebe ein paar Beispiele und dann können sie das machen für alle, die danach auf dieser Erde gelebt haben. So, der Luzifer übertritt das Gesetz Gottes und ihm werden natürliche und auferlegte Folgen auferlegt. Die natürliche Folge ist, dass niemand von ihnen zurückkommen kann. Wir haben gesehen, es gibt eine Phase, wo Gott auf ihn eingewirkt hat, aber dann kommt dieser endgültige Punkt, wo wenn der Mensch den übersteigt, er nicht mehr zurückkehren kann, weil sein Wesen kaputt ist. Er kommt zu einer Überzeugung, die völlig nicht mehr rational ist und dann gibt es keine Rückkehr. Und als Luzifer gegen besseres Wissen, gegen alles, was er erkannt hatte, dass es falsch ist, was er tut, dennoch gewählt hat, vorwärts zu gehen, dann gab es für ihn keine Rückkehrmöglichkeit. Rückkehrmöglichkeit, das war eine natürliche Folge. Das heißt, Gott hat den Geist eines jeden Wesens in dem Sinne eingeschränkt. Das heißt, er kann sich selbst kaputt machen und aus diesem Kaputten kann es nicht mehr repariert werden. Ja, Gott hat das Maß festgelegt, weil er hat uns ja geschaffen. Wir überschreiten es. Damit haben wir die natürliche Konsequenz der Nichtrückkehrmöglichkeit. Dasselbe galt dann auch für die Engel und dasselbe gilt, wie wir sehen werden, auch für den Menschen, der die Gnade Gottes verschiebt, verschiebt und letztendlich dann nicht mehr rückkehren kann, weil er die eingelegte Grenze, die festgelegte Grenze von Gott überschritten hat. So, es ist eine natürliche Folge, wenn es keine Rückkehrmöglichkeit mehr gibt. Was waren die auferlegten Folgen für Luzifer und seine Engel? Sie wurden ausgestoßen von ihren Ämtern. Sie haben alle Privilegien, die sie hatten, verloren. So, das sind auferlegte Folgen, die Gott ihnen gegeben musste, damit man erkennt, was passiert. So, schauen wir die Folgen für Adam und Eva. Auch sie übertreten das Gebot und sie bekommen natürliche Folgen. Die natürlichen Folgen sind der Verlust des Kleides, sie bekommen Angst, sie sind nicht mehr in der Lage, so zu unterscheiden wie davor, sie schuldigen sich an, sie sind nicht mehr fähig, richtig zu handeln, sie sehen sich nicht mehr in dem richtigen Licht. Sie sind Gefangene ihres eigenen Irrtums, Gefangene des Satans. Das sind natürliche Folgen ihrer Übertretung. Und was sind die auferlegten Folgen ihrer Übertretung? Da ist es die Entfernung aus dem Paradies. Das war nicht eine natürliche Folge ihrer Übertretung. Das hat Gott extra gemacht. Er musste sie aus dem Paradies entfernen, damit sie erkennen, wo ist ihre Not. Für Eva gab es eine Folge, nämlich, dass sie jetzt abhängig vom Mann wurde. Sie sollte sich jetzt unter den Mann unterordnen, war nicht mehr so gleich wie davor. Sie sollte Schmerzen bei der Geburt haben. Für Adam sollte es Mühsal sein bei der Bearbeitung des Feldes und der Tod. Wir denken manchmal, der Tod ist eine natürliche Folge. Nicht wirklich. Der Tod ist eine auferlegte Folge Gottes, damit es irgendwann mal ein Ende nimmt. Dass auch natürliche Faktoren zum Tod führen, ist klar. Deshalb könnte man den Tod auf beide Seiten hin tun. So, es gibt also Dinge, wo man miteinander vergleichen kann. Wir gucken uns noch das Beispiel des Kains an. Der Kain ist der Erste von den Menschen, die geboren sind, der Gottes Gesetz übertritt. Er tötet seinen Bruder Abel. Ja, nein, nicht nur so viel. Er sieht sich ja nicht als Sünder und bringt ein falsches Opfer. Was ist die natürliche Folge des Mordes? Keine. Es gibt keine natürliche Folge, wenn man jemanden tötet. Und so hat auch Kain keine natürlichen Folgen aufgrund seines Handelns. Aber er bekommt auferlegte Folgen. Gott sagt ihm, verflucht seist du auf der Erde. Wenn du den Acker bauen wirst, soll er dir hinfort sein Vermögen nicht geben. Das heißt, wie reich konnte er je werden? Mühselig sollte er durch die tägliche Arbeit sich erinnern, was er getan hat. In seinem langen Leben sollte es ihm die Chance geben, zurückzukehren. Er sollte flüchtig sein und ohne Rast auf Erden. Und das war er. Und Gott setzt ein Zeichen an ihn, dass ihn niemanden schlägt, dass der Tod nicht gewaltvoller beigebracht wird, weil er wurde gewaltvoll, hat er getötet. Und er dachte, jetzt werde ich auch gewaltvoll umgebracht. Und siehe da, Gott tut es in seinem Fall nicht. Er sagt, du sollst leben und nicht gewaltvoll sterben. Das sind auferlegte Folgen. Ich hoffe, wir haben den Grundsatz verstanden. Noch eine, die vorsichtlichen Menschen. Hier haben wir diese Gruppe von Menschen. Sie haben natürliche Folgen. Und das ist, sie sind völlig verderbt in ihrem Herzen. Sie haben keine Fähigkeit mehr, zurückzukehren. Das sind natürliche Folgen. Gott konnte mit seinem Geist sie nicht mehr ansprechen, dass sie umkehren. Und so gibt er eine auferlegte Folge. Und er sagt, ich will die Menschen, die ich gemacht habe, vertilgen von der Erde. Und so geschieht das. Die Sintflut ist eine auferlegte Folge, eine Strafe Gottes für die Menschen zu der Zeit. Warum gibt Gott Strafen? Oder warum gibt er, warum greift er überhaupt ein? Gott ist immer noch derjenige, dem alles gehört. Und er will dem Menschen und auch allen Wesen helfen. Und er greift ein, immer, um zugunsten des Menschen zu handeln. Das werden wir sehen. Die Gründe des Gottes Eingreifen ist das Erste. Er muss bewusst machen, wohin die Grausamkeit der Übertretung führt. Als die Sünde anfing zu existieren, sah sie gut aus. Sie sieht ja auch heute noch gut aus, sagen wir nicht. Sie kommt in einer attraktiven Frau, in einer guten Verpackung wie die Schokolade. Oder alles, der Alkohol kommt in den schönen Flaschen. Das, was böse ist, wird nicht wirklich böse angesehen. Das Böse an sich. Was war das so böse, dass Adam und Eva gegessen haben von dem Baum? Für das soll man so eine Folge haben? Für die Menschen, für die Wesen im Universum war das nicht ersichtlich, was die Sünde oder das Trennen von Gott mit sich bringt. Deshalb greift Gott ein, deshalb gibt er seine natürlichen und seine auferlegten Folgen, um bewusst zu machen, demjenigen, der es übertritt, aber auch den anderen, den Mitbeteiligten und den Nichtbeteiligten, das ist das Universum, die ja mitleiden mit uns, muss er bewusst machen, wie grausam es ist, sich von Gott zu trennen. Und wohin diese Sache führt. Satan hatte doch eine bessere Alternative angeboten. Niemand konnte wirklich durchblicken. Gut, die zwei Drittel der Engel haben es geschafft. Gott hat es ihnen ja klar gemacht, wie es ist. Aber der Rest der Wesen, die ja, ich sage jetzt mal, auf dem Niveau sind von uns Menschen, wie sollen die durchblicken? Was ist jetzt wirklich? Und so hat Gott eingegriffen und hat Konsequenzen, Strafgerichte, Natürliche eingebaut und Auferlegte, damit die Grausamkeit des Übertretenes wirklich bewusst wird. Gott greift ein, um einen Ausweg zu zeigen. Die Krankheit der meisten Menschen ist da, um ihnen einen Ausweg aus dem Irrtum, aus der Sünde zu zeigen. Die Schwierigkeiten des Lebens sind da, um einen Ausweg zu zeigen. Und sie sind Konsequenzen, wenn man so will. Sie sind Strafgerichte. Sie sind Züchtigungen Gottes, um einen Ausweg zu zeigen. Ja, manche sind natürlich und manche sind auferlegt. Das werden wir ja noch im Detail sehen, wenn wir zur Krankheit kommen. Aber die Schwierigkeiten des Lebens haben auch eine reinigende Funktion. Da das Böse so unscheinbar ist, so hat man Menschen, die sind gläubig schon 20 Jahre oder 30, wie auch immer. Und dann passiert ein Unglück. Der Mann geht fremd oder er stirbt oder irgendetwas passiert. Und dann zeigt es sich, wo mein Herz wirklich dran hängt. Der Mensch ist gläubig, er will mit Gott gehen. Aber er weiß nicht wirklich, wo er dran ist. Deshalb sagt die Bibel im Jakobus Kapitel 1, Vers 2, Meine lieben Brüder, achtet es zu lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet. Denn wenn euer Glaube rechtschaffen ist, wird er Geduld bringen. Und die Geduld wird euch vollkommen machen, dass ihr keinen Mangel habt. Das heißt, die Schwierigkeiten, das Eingreifen Gottes, dass er uns die Konsequenzen gibt über unser Handeln, führt zur Reinigung. Das heißt, ich werde immer reiner. Wenn der erste Punkt der Ausweg zeigt, sage ich, der kommt zur Neubekehrung, zur Buße. Aber wenn der Mensch gläubig wird, werden seine Schwierigkeiten weniger oder mehr. Und es ist auch offensichtlich, dass die Schwierigkeiten mehr werden. Für ihn kümmert sich jetzt Gott, weil er möchte ihn ja reinhaben. Jesus sagt selbst, vielleicht lese ich den Text, weil wir das nicht sehen, das Eingreifen Gottes zur Reinigung. Er sagt selbst in Johannes 15 und sagt, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Aber wie reinigt man denn eine Rebe? Indem man schneidet. Ja, er wendet das Messer mit Vorsicht an, aber es ist dennoch ein Schnitt. Seit meiner Bekehrung bin ich immer in diesem Prozess drin, der Schwierigkeiten. Weil ich sehe meinen mangelnden Glauben, ich sehe mein mangelndes Vertrauen auf Gott. Ich sehe, wie sehr ich gebunden bin an andere Menschen und an Umstände. Und ich würde es nie sehen, ohne die Schwierigkeiten. Ich sprach neulich mit jemandem, der in einer Not ist, weil seine Frau ihn verklagt und jetzt nach der Trennung von ihm sein Vermögen weghaben will, was ja fast alltagsgeschehen ist. Und jetzt kämpft er dagegen an. Und ich sage, je mehr du ankämpfst, wirst du dich kaputt machen. Gott erlaubt es. Ich habe gekämpft vier Jahre lang und ich habe gemerkt, kämpfen für mein Recht ist, führt zur Zerstörung, weil es ist, es nimmt Gewalt an. Verzichte oder besser gesagt, stelle dich auf das Recht Gottes. Es geht nicht um dich, es geht um Gott. Dann kämpfst du nicht um deinen Willen, dann kämpfst du einfach um der Sache Willen. Können wir das, sind wir wirklich rein. Aber können wir es nicht, lernen wir es während dieses Prozesses. Die vier Jahre, die mich Gott in die Prozesse damals reingebracht hat, waren reinigende Prozesse. Weil ich habe gelernt, dass es nicht um meine Gerechtigkeit geht, sondern um Gottes Gerechtigkeit. Und ich kann mich auf Gott verlassen. Er wird gerecht handeln. Und sollte ich zu Unrecht irgendwas bezahlen müssen oder leiden, will ich es auch tun, weil ich vertraue darauf. So, die Reinigung, der Prozess der Reinigung ist entscheidend für jeden, sagt der Hebräerbrief, den Gott annimmt, den züchtigt er wie ein Sohn. Vielleicht lesen wir auch das, dass wir einfach sehen, dass Gott ein Ziel mit uns hat und dass die Züchtigung notwendig ist in unserem Leben. Er sagt so, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen den Hebräer 12, Abvers 4 und habt den Trost vergessen, der euch als zu Söhnen sagt. Mein Sohn, achte die Erziehung des Herrn nicht gering und gib nicht auf, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wenn der Herr lieb hat, den erzieht er und er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Und das sind Grundsätze, die versuchen auch die Freunde des Hiobs zu erklären, aber sie holen sie aus einem Zusammenhang heraus und sind deshalb in einem Durcheinander. Wir müssen wissen, wann kommt dieser Prozess der Reinigung. Wenn ihr die Erziehung ertragt, dann handelt Gott mit euch wie mit Söhnen. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Wenn euch aber die Erziehung fehlt, die alle anderen bekommen haben, dann seid ihr Bastarde und keine Söhne. Wenn wir schon unseren leiblichen Vätern als Erzieher hatten und sie respektierten, sollen wir uns dann nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben. Denn jene haben uns für wenige Tage erzogen nach ihrem Gutdünken, dieser aber zum Nutzen, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit haben. Alle Erziehung erscheint uns, wenn sie geschieht, nicht als Freude, sondern als Traurigkeit. Später aber gibt sie denen, die dadurch geübt sind, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Das ist das Bild, das ist der Grund, warum Gott eingreift im Leben eines Gläubigen. Tut er das auch im Leben eines Ungläubigen? Nein. Der Psalm Assaf zeigt das. Der Assaf hat seine tägliche Plage. Der Ungerechte lebt in Saus und Braus. Weil seine Stunde noch nicht gekommen ist oder sie kommt nie. Aber er, der unter der Reinigung Gottes ist, der sieht seine Plage und er sagt selbst dort im Psalm 73, ich wäre schier vergangen. Und er sieht sich, ich habe wie ein Narr gehandelt, wie ein Tier. Unvernünftig bin ich gewesen, dass ich mich verglichen habe mit den anderen Menschen, wie es ihnen geht und mir. Ich habe nicht gesehen ihr Ende. Ich habe nicht gesehen auf das Ende, erst als ich im Tempel bin und gesehen habe das Ende. Dann hat er gesehen, was es ist. Aber es gibt noch einen Grund, den die Hiobs-Brüder, die Hiobs-Freunde wohl nicht kannten und nicht gesehen haben. Es ist eine Prüfung des Endergebnisses. Gott greift ein in das Leben des Hiob. Und diese Anfechtung des Hiob durch Satan, viele denken, das war nicht im Sinne Gottes. Oh doch, es war im Sinne Gottes. Nein, Gott liebt nicht, den zu strafen und zu züchtigen. Gott liebt nicht, dass er den Menschen in Satans Hand gibt. Deshalb hat er ja die Gnade getan, um uns zu schützen. Aber wenn jemand fertig und gerecht ist wie Hiob, dann mag es sein, dass Gott sagt, um das vor allen, denen, die nicht durchblicken können, was im Herzen des Menschen ist, will ich das beweisen. Ich will das Endergebnis ins Feuer tun. Ich tue das Gold, das in Feuer geläutert ist. Deshalb ist ja das Schöne in der Laodizea-Botschaft, kaufe von mir Gold, das in Feuer geläutert ist. Das ist dieser Prozess hier der Reinigung. Aber es kommt das Feuer für die 144.000, wo das Endergebnis geprüft wird. Und das wussten die Jungs um Hiob nicht. Sie haben sich eingeschränkt, sie haben nicht gesehen, die Vielfalt der Gründe des Eingreifens Gottes und des Grundes, weshalb eine Krankheit auftreten kann. Sie kann kommen zur Auswegzeigung, sie kann kommen, dass man Dinge sieht, die man sonst nicht sieht und die habe ich in meinem Leben dauerhaft. Von Kleinigkeiten spinnt mein Körper, weil ich dann erkenne, was in meinem Herzen falsch läuft, bis ich rein bin. Und dann am Ende kommt die Prüfung des Endergebnisses. Und Hiob war in dieser Phase, deshalb waren die völlig durcheinander mit ihrer Applikation, das heißt mit ihrer Anwendung auf den Fall Hiobs. Lasst uns deshalb klar machen, es gibt zumindest diese vier Gründe des Eingreifens Gottes, des Strafen Gottes, des Gerichtes Gottes, der Konsequenz Gottes, wie auch immer wir es nennen wollen. Das Bewusstmachen der Grausamkeit der Übertretung, es ist uns zu zeigen den Ausweg, es ist uns zu reinigen. Und am Ende gibt es durch Leid und durch Eingreifen Gottes, es ist in seinem Sinn, dass die 144.000 durch diese Not gingen. Es ist in seinem Gehenwerden, es ist in seinem Sinn, dass Jesus durch die Not ging am Kreuz. Jesus wollte nicht zuerst, er wusste, was auf ihn wartet und er hat zurück sich geschreckt vor diesem Kelch des Zornes Gottes. Er hat ihn aber dennoch aus der Hand des Vaters genommen. Das war auch bei Hiob so und das war auch bei den Jüngern so. Hat Jesus nicht gesagt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie haben brav gesagt, ja. Und Jesus hat gesagt, ja, ihr werdet ihn trinken. Aber wer der Größte sein wird, das entscheidet mein Vater. So, den Kelch müssen wir trinken. Nicht, damit die Grausamkeit der Sünde gezeigt wird in unserem Leben. Nicht, damit wir dort einen Ausweg haben. Nicht, damit wir gereinigt werden. Nein, der Kelch muss am Ende getrunken werden, zum Prüfen, dass das Ergebnis echt und unwiderrufbar ist. Es wird in Feuer endgültig gehärtet. Lassen Sie uns einen Punkt nie vergessen. Jegliches Eingreifen Gottes, ganz egal was er tut, auch als er die Sinnflut brachte, war immer zugunsten des Übertreters und der Mitbeteiligten. Gott muss die Mitbeteiligten schützen, von denen, die nicht sich ändern wollen. Und so lässt er ein Urteil über sie kommen. Aber auch für den, der verurteilt wird, auch für die sinnflüchtige Welt, vorsinnflüchtige Welt, für Sodom und Gomorra, für die Niniviten, die irgendwann mal doch wieder endgültig fielen, für Babylon, für die ganzen Völker, die Israel ausrotten musste, war die Stunde gekommen des endgültigen Übertretens. Aber es war dennoch zugunsten sogar derer, die sterben, weil sie häufen keine Sünden mehr an für das Endgericht. Sie kommen zur Ruhe in ihrem bösen Wandel. Und Gott hat ja nicht nur sie im Sinn, er hat alle im Sinn. Und so handelt er immer, dass alle Beteiligten günstig von seinem Gericht hinwegkommen. So, Gott handelt nicht zu Ungunsten von irgendjemandem, wenn er Gericht macht, wenn er straft oder züchtigt, sondern immer zugunsten aller, aller, die leiden, weil es leidet ja das ganze Universum an dieser Sache. Und das sollten wir nie vergessen. Ganz egal, wie schwer unsere Not ist, wir müssen wissen, dass sie uns immer zugunsten dient. Ich kann natürlich in der Not zu meinen eigenen Ungunsten handeln. Dafür kann Gott nichts. Aber sein Handeln in meinem Leben, wenn er eingreift, greift er ein zu meinen und zu allen anderen Gunsten. Deshalb wird beim Endgericht, dort, wo wir letztes Mal gesehen haben, wenn alle Bösen, alle Gottlosen nach den tausend Jahren auferstehen, und dort wird gezeigt, dass Gott immer zugunsten gehandelt hat. Weil jeder wird, wenn er alle Details sieht, vor ihm niederknien und sagen, gerecht und wunderbar sind deine Gerichte. Jeder wird bekennen, dass zu Recht das ist, was jetzt ist. Jetzt durch unseren eingeschränkten Blick und die Freunde Hiobs hatten einen sehr eingeschränkten Blick im Vergleich zu Hiob. Sie sagen nicht, dass Gott zugunsten des Hiob handelt. Und dann, wenn er straft und auch dann, wenn er sozusagen vernichtet, er zugunsten aller handelt. Aber ich möchte noch einen Aspekt bringen. Hat Gott die Kontrolle über diese Welt? Oder läuft etwas unkontrolliert auf dieser Welt ab? Hat er wirklich jedes Leben in seinem Blickwinkel? Bin ich, der siebte, milliardste Mensch auf dieser Welt, wirklich unter seinem Schutz und unter seiner Obhut? Alles ist unter Gottes Obhut. Jeder einzelne Mensch, jedes Individuum steht unter seinem Schutz. Das eine, was Gott nicht kann, ist das Individuum steuern. Meinen Willen, meinen Geist kann nur ich steuern. Und das jeder andere Geist auch. Jeder kann nur seinen Geist steuern. Deshalb kann das Gott nicht. Das steht nicht unter seiner Kontrolle. Das steht unter meiner Kontrolle. Jeder Mensch steuert sich selbst. So entscheidend. Das wird nie sich ändern. Das ist Konstruktion, wie Gott es gemacht hat. Aber, nehmt mal an, ich mach was Böses. Wer steuert denn die Folgen? Ob sie natürlich sind oder nicht. Die Folgen des Handelns jedes Individuums sind unter Gottes Schutz. Das heißt, ich mag vom Fenster springen. Aber wie ich unten ankomme, steht ganz in Gottes Hand. Wenn er will, dass ich zerschelle, zerschelle ich. Wenn er aber will, dass ich nicht zerschelle, dann macht er etwas und ich komme unten sicher an. Das war ja die Versuchung Jesu auf der Zinne des Tempels. Spring! Spring! Ja, Jesus ist nicht gesprungen, weil er wollte ja nicht misstrauen seinem Vater. Er hatte keinen Grund. Gott hat ihm nicht gesagt zu springen. Aber es zeigt den Grundsatz. Gott kontrolliert eines jeden Handelns. Wenn jemand sich umbringen will und Gott weiß, das ist noch nicht die Zeit. Er hat noch eine Chance zu leben. Dann lässt er das nicht zu. Dann kann der Mensch machen, was er will. Er wird nicht durchkommen. Das ist doch schön, oder nicht? Der Mensch ist frei zu handeln. Aber die Konsequenz ist immer in Gottes Hand. Er lenkt die Folgen zum Guten aller Beteiligten. Ich finde das sehr wichtig, dass wir das verstehen. Gott, wenn ich übertrete, bestimmt die vier Punkte, die wir haben als Folge. Er bestimmt, wann die Folge auftritt. Bei der Krankheit zum Beispiel, wenn ich mich schneide, tritt die Folge sofort auf. Aber wenn ich einen falschen Gedanken habe, oder wenn ich mich ärgere über jemanden, dann wann tritt die Krankheit auf? Gott hat das Wann und den Zeitpunkt aufgetreten, festbestimmt. In den früheren Generationen kam die Krankheit später wie heute. Das liegt mit auch daran, dass der Mensch verfällt. Aber wer setzt den Zeitpunkt fest, wann bei jemandem seine Krankheit zum Vorschein kommt? Er, auch wenn die Krankheit eine natürliche Folge ist, die Gott gibt, die er eingebaut hat, so ist dennoch der Zeitpunkt von Gott festgelegt. Er setzt auch das Wo. Wo tritt die Krankheit auf? Wo geschieht das Problem? Wo ist die Lokalisation? Ist auch unter seiner Kontrolle. Wir wählen nicht, dass uns dann der Krebs Beweis vortrifft. Das wählen wir nicht. Wir wählen nicht, wo die Krankheit auftritt. Ob sie als Depression auftritt, ob sie als Gicht auftritt. Es ist im Prinzip egal. Aber Gott weiß, was für jedes Individuum das Beste ist. Also nimm der meinen Übertreten und nutzt es zu meinen Gunsten, um mir zu helfen. Das wird er im Gericht beweisen, dass er alle Folgen meines Übertreten nutzt zum Besten. Er ist der Reparateur. Er ist der, der Dinge zurechtbiegen möchte. Er kann natürlich nicht, wenn ich mich selber steuere und endgültig in den Irrtum steuere, dann kann er mir sicherlich nicht helfen. Weil, ah, ja. Aber bis ich endgültig dahin gelange, tut er alles, um mir zu helfen. Er ist auch derjenige, der bestimmt, wie die Krankheit verläuft. Er hat es in seiner Hand. Der Verlauf ist unter seiner Kontrolle. Ich tue nur das Böse. Aber der Zeitpunkt, wann, wo und wie das Ganze verläuft, ist unter Gottes gütiger Hand. Und auch, dass wie viel, die Intensität eines Befundes ist von Gott ausgewogen. Niemand wird über seine Verhältnisse von Gott gefordert. Der Hiob bekam genauso viel. Ja, es war die Grenze, wie er ertragen konnte. Es war das Feuer, das das Endergebnis hervorbringen sollte. Und es war angemessen dessen, was Hiob kannte und konnte. So lasst uns diese Punkte verstehen. Gott kann nicht dafür, dass ich sein Gesetz übertrete. Das ist meine Sache. Er kann was dafür, um mir die Folgen zu zeigen. Er kann was dafür, mir einen Ausweg zu geben durch seine Gnade, durch das Kreuz, durch das Leben Jesu. Er kann was dafür, dass er mich in den täglichen Prüfungen, wenn ich mit ihm gehe, mir hilft, es zu sehen, wo noch die Fehler liegen, wo mein Glaube noch hinkt und wankt. Und wenn ich fertig bin, kann er mich in eine endgültige Phase bringen, wo er das Endergebnis prüft, ob es auch standhält, der Arbeit, die er getan hat. Und bei all dem macht er alles zu meinen Gunsten, bestimmten Zeitpunkt wann, wo es auftritt, wie es verläuft und mit welcher Intensität können wir da nicht wirklich uns in Gottes Hand fallen lassen. Es ist für mich so schön. Ich erwähne diese drei alles. Ich habe sie jetzt nicht auf eine Folie getan, aber sie werden immer wieder vorkommen. Ich möchte alle Dinge, die in mein Leben kommen, als von Gott kommen. So wie Hiob. Hiob wusste, dass das Verderben nicht von Satan kam. Obwohl Satan es machte. Er wusste, es war Gottes Absicht, dass er in dieser Situation ist. Er wusste nur nicht warum. Er kannte diesen Teil nicht des Prüfens, des Endergebnisses. Er war durcheinander, weil er noch nicht wusste, was kommt. Aber Gott hat es dennoch in sein Leben gebracht, weil er wusste, Hiob wird bestehen. Hiob wusste, dass es in Gottes Absicht war, dass er war, wo er war. Deshalb sagt er, ich bin zu Unrecht hier drin. Und er hatte Recht. Gott hat Jesus in die Hände der Ungerechten gegeben. Und er wird uns in die Hände der Ungerechten geben. Was werden wir tun? Werden wir ihm glauben, so bleiben wie Hiob? Das wird sich dann zeigen, wie fest wir stehen in unserem Vertrauen zu Gott. So, lasst uns diese Dinge festmachen, ganz deutlich verstehen. Gott hat die Kontrolle. Alles, was auf uns zukommt, kommt von Gott. Alles ist uns zum Besten. Alles ist zu meinen Gunsten, das Gott tut. Wir stehen unter seinem Schutz. Wenn er zulässt, die natürlichen oder auferlegten Folgen, ohne dass wir in die endgültige Prüfung kommen, dann ist das alles abgewogen und zu meinen Gunsten. Alle Dinge dienen zum Besten, denen die Gott dienen. Und der wichtigste oder entscheidendste Punkt ist, wo unser Geist dann aufzugeben scheint, ist, nichts ist zu schwer, was er uns auferlegt. Es ist abgewogen. 1. Korinther 10, 13 sagt, noch nicht hat euch eine Anfechtung überkommen, die nicht menschlich erträglich ist, wo Gott nicht schon eine Lösung hat als Ausweg für das Ganze. So, lasst uns diese drei alles verstehen. Gott hat die Kontrolle. Ich mache Fehler und ich bin so dankbar, dass ich weiß, er hat die Kontrolle, was, wann, wie, wo das Ganze auftritt. Und er wird es nicht nutzen zu meinen Ungunsten. Wenn ich meinen Tinnitus bekomme, meinen Schwindel, meine Rückenschmerzen, was auch immer, dann verstehe ich vielleicht nicht, so wie hier sagt der Hebräer, alle Erziehung erscheint uns, wenn sie geschieht, nicht als Freude, sondern als Traurigkeit. Später aber gibt sie denen, die dadurch geübt sind. Eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Wir, die wir im Prozess sind, wir werden manchmal hart drangenommen. Nicht wirklich hart, aber ich merke schon, Gott will, dass ich vorwärtskomme. Und jemandem, der vorwärtskommen muss, der hat viel Erziehung. Und ich habe viel Erziehung in meinem Leben. Und ich bin Gott dankbar dafür, dass ich weiß, es wird nie zu viel. Auch wenn ich geneigt bin, manchmal diesen Gedanken, er kommt hoch, aber gebe ich ihm Raum oder sage ich, nein, Gott sagt, es ist immer ausgeglichen, es ist immer nie zu viel, du wirst es überstehen. Ich denke, das ist entscheidend, dass wir das verstehen. Nun wollen wir uns ein bisschen um die Krankheit kümmern. Wann tritt die Krankheit als Folge auf? Erst nach 2000 Jahren haben wir berichtet, dass Menschen krank wurden, nachdem die Welt geschaffen wurde. Gott hatte den Menschen, ich sage jetzt mal, so gut geschafft, dass die natürlichen Folgen lange Zeit brauchten, bis sie der Zeitpunkt gekommen waren, wo sie eingetreten sind. Die erste Erwähnung in der Bibel sind die Blasen an den Ägyptern in einer der zehn Plagen, die Gott über die Ägypter kommen lässt. Die Bibel beschreibt die Krankheit als direkte oder indirekte Folge des Übertretens der Zehn Gebote. Wir haben das letztes Mal gelesen, wir werden uns dies noch mal uns den Text anschauen. Es gibt viele Texte in der Heiligen Schrift über Krankheit. Lest sie euch durch und schaut. Sie sind immer im Zusammenhang, wenn es um eine körperliche Sache geht mit der Übertretung der Zehn Gebote. Auch, dass die Frau ihre Blutung hat und Schmerzen hat. beim Gebären sind Folgen der Übertretung der Zehn Gebote. So, Hiob, Elisa und Paulus und vielleicht mögen es auch andere sein, sind Beispiele für Krankheiten, welche aufkommen, ohne dass das Individuum etwas dafür kann. Aber es war in Gottes Absicht. Paulus betet und sagt, Herr, nimm es mit weg. Er sagt, nein, Paulus, du brauchst das, damit du dich nicht erhebst. Du brauchst diesen Stopp, weil du weißt und kennst nicht die Gefahr deines Herzens. Elisa, der gesehen hat, wie sein Vorgänger zum Himmel geht, muss an einer Krankheit sterben, obwohl er nicht gefallen ist, so wie Elisa, und musste in die Wüste fliehen. Der Hiob war ein gerechter Mensch und er kam in die Krankheit, ohne dass er etwas dafür konnte. Er war nicht beteiligt als Ursache an diesem Geschehen. So, Krankheit als Folge der Übertretung. Lasst uns deutlich anschauen. Hier sind natürliche Folgen, die eine Krankheit in der Bibel auslösen. Die Bedürfnisse werden nicht befriedigt. Das heißt, mein Leben bekommt kein Sauerstoff, kein Wasser, was auch immer. Das Liebesbedürfnis ist das Größte, das der Mensch hat. Und die Nichtbefriedigung dieses Liebesbedürfnisses, das heißt, die Unfähigkeit des Menschen, die Bösen zu lieben, daraus entstehen die meisten Krankheiten. Das heißt, dass ich die Ungerechtigkeit eines anderen nicht aushalte, ist mir zur Krankheit, weil es ist Übertretung des Gesetzes. Warum will ich Gerechtigkeit von einem Menschen und nicht von Gott erfahren? So, wenn wir also uns stemmen gegen das Übel, Jesus hat das so schön in der Bergpredigt gesagt, stemmt euch nicht, widerstrebt nicht dem, der Übels tut, sondern lasst es an euch geschehen. Die Ohrfeige, weg doch die andere, wird euch materiell was genommen, nehmt doch, gebt doch das andere und werdet ihr gezwungen, eine Meile zu singen, dann geht es zwei, weil ihr seid innerlich frei. Ihr liebt, die euch fluchen oder ihr segnet, die euch fluchen, ihr tut wohl, denen, die euch hassen, weil ihr steht über den Dingen. Das nicht tun zu können, ist Übertretung des Gesetzes, weil das Gesetz fordert von uns, immer zu lieben, ohne Ausnahme, die Menschen. Sie sagt, liebe deinen Nächsten als dein Gegenüber und es gibt keine Qualität für den Nächsten. Und dann, wenn ich in eine Krankheit komme, ist es meistens die Folge oder meine Unfähigkeit, das Unrecht eines Menschen zu ertragen. Ja, es ist Unrecht, aber wer hat mich zum Richter gesetzt? Das ist der Betrug der sündigen Natur, die uns dann gefangen nimmt. Die Krankheit ist meistens eine natürliche Folge einer Unfähigkeit, unser Liebesbedürfnis für unseren Körper zu stillen, indem der Geist des Menschen nicht mehr fähig ist, zu lieben. Und dann kommen die auferlegten Folgen. In der Bibel finden wir Krankheit als auferlegte Folge nach Sünden, die nicht eine natürliche, nicht in natürlicher Weise eine Krankheit auslösen. Was ist das? Wir haben es vorher gesehen, was nicht krank macht. Unheiligkeit, Lug, Betrug, Stehlen, Hurei, Ehebruch, Mord oder Gewalt aus Lust getan. Wir finden in der Bibel das Beispiel der Plage in Ägypten. Die Menschen tun etwas, sie widerstehen sich, sie widerstehen nur Gott und Gott gibt ihnen eine Krankheit, dass sie sehen, was das ist. Dieses Widerstehen hätte bei ihnen keine. Der ungehorsam Gott gegenüber die Kinder Israel gehen zu lassen, hätte bei ihnen keine Krankheit ausgelöst. Aber Gott gibt sie, sie ist eine auferlegte Folge. Der Aussatz der Mirjam, die Mirjam wird aussätzig, weil sie neidisch ist, weil sie plötzlich gegen sich selbst erhebt. Diese Haltung hätte ihr keine Krankheit gebracht, aber Gott gibt sie ihr und sie ist kein endgültiges Gericht, sie ist eine auferlegte Folge, um ihr zu zeigen, dass sie gegen Gott gehandelt hat, wobei sie dachte, sie handelt richtig. Dann ist die Krankheit des Gehasi, der den Aussatz von den Naaman übernimmt, der so lange mit dem Propheten Elisa ein Diener ist und seine Habgier hätte ihm nicht krank gemacht. Weil er war ja jetzt reich geworden durch das, was er durch den Naaman bekommen hatte. Er wäre nicht gefährdet gewesen, durch diese Sünde krank zu werden, aber Gott gibt eine Krankheit, eine auferlegte Folge. Im Falle des Gehasis ist sie endgültig, so wie bei Sodom und Gomorrah. Sie ist endgültig, weil der Gehasi nicht mehr zurück kann. Er hat seine Gnadenzeit verspielt in seinem Leben. Und so können wir viele Beispiele oder einige Beispiele finden in der Heiligen Schrift, wo Gott die Krankheit als eine Gerichtsübung gibt. Dann finden wir die Seuchen als Gericht für den Ungehorsam eines Volkes. Gott sagt, ich werde Seuchen und Plagen über euch bringen. Und das sehen wir beim Ägypten ganz besonders. Aber auch in anderen Fällen kann Gott handeln und kann Krankheit bringen, die ist nicht eine direkte Folge eines Fehlverhaltens. Sie ist aber eine Folge eines Fehlverhaltens, die aber keine Krankheit auslösen würde. So, deshalb kommen wir jetzt zur Verantwortung des Menschen. Bin ich verantwortlich für das, was ich habe oder nicht? Nun, sicherlich. Deshalb muss ich schauen, wo liegt die Grenze meines Verantwortens? Wir haben hier gesehen, dass der Mensch eine Hirnrinde hat und dort einen Geist und dass der Geist den Menschen lenkt durch seine Entscheidungen. Wir haben gesehen, dass der Mensch zwei Entscheidungen nur hat. Er hat ein Ja und ein Nein. Und er hat zwei Kriterien, nach denen er Ja sagt und Nein sagt. Das ist Gewinn und Verlust. Er muss die Information, er muss das, was auf ihn zukommt, bewerten in seinem Geist und muss es einordnen, entweder in einen Gewinn, dann sagt er Ja dazu oder in einen Verlust, dann sagt er Nein dazu. Das sind die Kriterien der Entscheidung, die haben wir gesehen, ich gehe sie jetzt nur durch, damit wir wieder uns erinnern. Wer bestimmt, ob wir richtig entscheiden oder falsch? Wir haben beim Eingang unseres Geistes einen Bewertungsmaßstab, das Gesetz Gottes. Ist das Gesetz Gottes in unsere Herzen geschrieben, dann werden wir Gewinn in Gewinn tun, Verlust in Verlust und wir werden in unserem Geist frei entscheiden. Das Ja und das Nein kann uns keiner wegnehmen. Wir steuern unser Leben wunderbar selbst. Wenn wir aber einen falschen Maßstab haben und wir kommen auf die Welt mit diesem falschen Maßstab, mit unserer sündigen Natur, die nicht nimmt, um zu geben, sondern gibt, um zu nehmen. Weiß aber nicht, dass das nicht geht, sondern sie nimmt von Menschen, sie ist menschenabhängig, umständabhängig, geldabhängig. Und wenn dann dort etwas passiert mit uns, wenn dort ein Ereignis kommt, dann bewerten wir nicht das Ereignis für richtig, wir halten Verlust für Gewinn und Gewinn für Verlust und so sind wir in unseren Entscheidungen völlig durcheinander. Wir halten vor allen Dingen den Verlust als persönlich und unvermeidbar. Der Mensch denkt, wenn ihm das Auto gestohlen ist, ist es sein Verlust. Wenn die Frau gegen ihn ungerecht handelt, dann handelt sie gegen ihn ungerecht. Er erkennt nicht, dass er nur Vertreter Gottes ist. Das heißt, dass er sich selbst nicht gehört. Jesus hat das so deutlich gezeigt, dass er nur der Vertreter des Vaters ist. Und jeder, der ihm schadet, schadet seinem Vater. Deshalb hatte Jesus immer ein klares Denken, weil er wusste, dass ihm niemand einen persönlichen Schaden zufügen kann. Er wusste, dass nur durch seine Wahl er Gutes oder Böses, Falsches oder Richtiges Schaden Gewinn oder Verlust tun kann. Er wusste, dass das in seiner Macht steht, nicht in der Macht anderer, weil es kann keiner über uns bestimmen. Der Mensch macht sich krank nicht durch etwas, was offensichtlich falsch ist, sondern durch etwas, was richtig ist, aber es geht um mich in der Sache, es geht um meine Gerechtigkeit, um mein Auto, um mein Haus, meine Arbeit, meinen Körper. Er sieht nicht, dass das alles ein Irrtum ist, der in ihm ist und er ihn macht, dass er sich selbst zerstört. Ich denke, Gott lässt es deshalb heute auch so zu, dass diese natürlichen Folgen recht schnell kommen, weil wir in der Endzeit leben und wir endlich doch aufwachen müssen und erkennen, dass die Krankheit kommt, weil nicht außen von uns etwas falsch ist, sondern in uns. Und das ist der falsche Bewertungsmaßstab. Der Geist ist gefangen und wenn er gefangen ist, sind seine Entscheidungen falsch und das führt zu einem kranken Körper. Wie gesagt, nicht in allen Entscheidungen, wenn er hurrt und lügt und betrügt, da wird er nicht krank, aber dann, wenn er in Verlust kommt, dann wird er krank, dann hat er sich die Krankheit selbst zugefügt, mit guter Absicht. Das ist das Schöne bei dem Hiobs Herz, in der ersten Prüfung hört er alles und er weiß ganz genau, er hat den Maßstab Gottes in seiner Hand, er weiß, ich bin nackt gekommen und nackt gehe ich, seine Bewertung war, was ich bekommen habe, ist ein Gewinn und der Verlust ist ein Verlust, aber keines, weder Gewinn noch Verlust ist mein, er blieb im Geist frei, weil er keinen persönlichen Verlust erachtete, damit waren seine Entscheidungen richtig, er hat sich von Gott nie abgesagt und dein Körper blieb gesund. Hätte der Hiob in der ersten Prüfung gefallen, hätte Satan ihn nicht mehr krank machen müssen, denn der Test wäre hinfällig geworden. Aber weil Hiob gesund blieb, hat Satan und hat Gott es gemacht, dass dann die Krankheit kommt, damit der Hiob in der Krankheit zeigt, dass er Gottes Kind ist und aushält das, was Gott über ihn gebracht hat. Deshalb kommen wir nochmal zurück zu den Verheißen der Gesundheit, die wir letztes Mal gelesen haben, wo in 2. Mose 15 sagt, der Herr wird die Krankheiten fernhalten, wo 5 Mose 28 zeigt, dass das Übertreten der Zehn Gebote langwierige Krankheiten bringt und auch Krankheiten, die nicht geschrieben stehen in dem Kapitel 28, obwohl, wenn man das Kapitel 28 liest von 5. Buch Mose, dann gibt es die meisten Krankheiten, die wir heute haben, besonders die Angst beschrieben, als die, die so da ist in der Welt und sie ist in der Welt und sie ist bei uns vorhanden, weil wir nicht verstanden haben, was das Übertreten des Gesetzes und des Gebotes ist. Also haben wir eine Verheißung der Gesundheit? Ja. Ich denke, wenn ein Mensch mit Gott geht, dann kann er dazu kommen, dass er verantwortlich ist und sein Gehorsam wird in seinem Körper erhalten. Aber so Gott es will und er, wenn er rein ist, in eine Not kommt und dann eine Krankheit bekommt zur Prüfung seines Endergebnisses, dann wird dieser Mensch diese Krankheit überstehen, wie er sie angenommen hat. So, die Verheißung der Gesundheit steht bis heute. Ist Gott gerecht? Ja, Gott ist gerecht. Er sagt in Galater 6, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Es gibt einen Segen, wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten und es gibt einen Fluch, wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten und das Fleisch ist dieser falsche Maßstab in unserem Herzen, der uns verwirrt, der meint, es ist unsere Gerechtigkeit, wofür wir kämpfen müssen. Und wer im Fleisch bleibt, der kann das Gesetz Gottes nicht halten. Deshalb muss man ja das Fleisch aufs Kreuz tun und den Geist Christi am Kreuz bekommen, neu geboren werden im Geist, weil nur durch den Geist Gottes kann ich das Gesetz halten und die Gnade wird dann aktiv in meinem Leben, dass sie mich reinigt über Prüfung zu Prüfung, bis sie das Endergebnis hervorbringt, einen völligen gerechten Charakter genauso wie in Hiob hatte. Fleischlich gesinnt sein, das steht in Römer Kapitel 8, ist Feindschaft wie der Gott, weil man kann ja Gottes Gesetz nicht halten, man kann sich nicht im Vertrauen an ihn binden, so unmöglich, weil man bindet sich an alle anderen, man steht selbst im Mittelpunkt des Ganzen und Gott macht klar, die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Am Ende, wenn alles zu Ende ist, wird Gottes Gerechtigkeit hervorkommen. Jeder Mensch wird genau das bekommen, was er gesät hat und geerntet. Aber lasst uns nicht einäugig sein, indem wir versuchen, jemanden zu richten, wenn er in einer Krankheit ist. Oder wenn er nicht krank ist, denken, er ist nicht ein Sünder. Die Juden zur Zeit Jesu glaubten alle, dass die Krankheit eine Folge der Sünde ist, aber sie dachten, es ist eine arbiträre Strafe Gottes und je kränker du bist, je höher Strafe Gottes hast du. Das war der Fehlgedanke, das war das Verändern der Folge. Krankheit ist eine Folge der Sünde, aber keine auferlegte im Sinne dessen, dass Gott dich jetzt straft, weil du verloren bist. Dass das in manchen Fällen der Fall ist, ist klar, aber nicht, dass wir das wissen, dass wir das richten könnten über andere. Deshalb kam Jesus und wollte diesen Irrglauben entfernen. Er hat sich um die Kranken gekümmert und ich bin so dankbar, dass er mich Arzt gemacht hat, weil an der Krankheit kann ich den Menschen den Weg zeigen, den Ausweg aus der Sünde, aber gleichzeitig zeigt mir die Krankheit und die Geschichten der Menschen, wie schlimm die Sünde ist und wie sie uns verdirbt mit allen guten Dingen, die Gott in uns hineingelegt hat, bracht sie, bringt dieses Fleisch aus der ganzen Sache raus. Krankheit ist eine Folge des Übertretenes, es ist eine Folge des Fleisches in den meisten Fällen, aber sie kann auch eine Prüfung sein, um das Endergebnis zu zeigen. Deshalb lasst uns das mitnehmen, nie richten, nie mit dem Finger zeigen. Ich weiß nicht, wenn mein Patient zu mir kommt, woher er seine Krankheit hat. Deshalb mache ich eine Anamnese, ich prüfe seinen körperlichen Zustand, ich prüfe seinen geistigen Zustand und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe noch keinen Hiob gefunden unter meinen Patienten, aber es mag sein, dass irgendwann einer auftritt, der sehr krank ist und der erzählt mir seine Geschichte und ich sehe seinen Glauben und seinen Wandel und dann sage ich, ja, dann nimm es fest und stark, du hast nichts zu verändern, weil ich kann es ja nur das sehen, was mir jemand sagt. Aber ich möchte nie einäugig durch die Welt gehen, möchte nicht mit Scheuklappen durch die Welt gehen, ich möchte wissen den Grundsatz, wie der Mensch funktioniert und was ihn krank macht, aber ich möchte doch die Ausnahme, die ich ja nicht kalkulieren kann, nicht verleugnen. Deshalb lasst uns diese Klarheit haben. Ich hoffe, diese Stunde habe ich viel erklärt. Ich denke, man muss sich sie mehrmals anschauen, um das Ganze wirklich zu verstehen, damit man nicht in die Spuren von den Freunden Hiobs kommt, zu richten und zu verdammen, zu sagen, deine Söhne sind gestorben, weil sie gesündigt haben. das ist, ja, ich würde sagen, Gotteslästerung, weil ich richte eine Person, ich stelle mich an Gottes Seite, ich weiß nicht, ich weiß, dass der Tod ist die Folge der Sünde, das sagt die Bibel ganz klar, aber weiß ich, ob es in diesem Fall die Sünde ist? Weiß ich, dass es seine Sünde ist? Die Sünde ist klar, aber weiß ich, dass es seine Sünde ist? Ist Jesus gestorben wegen seiner Sünde? Hat Hiob gelitten wegen seiner Sünde? Nein, nein, das müssen wir doch deutlich sagen und verstehen. Gott ist gerecht und seine Gerechtigkeit wird am Ende siegen und wir werden alle die Augen offen haben und wissen zu unterscheiden, aber das Richten sollte fern sein von uns, fern, 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 aber es ist leider nah, nah, nah dran. Deshalb haben auch die meisten Schwierigkeiten, die mich nicht hören bis zum Ende in dem was ich vortrage zu verstehen was ich sage, weil sie sagen, oh, das ist gefährlich was der Mann sagt. Nein, das ist es nicht. Die Grundsätze bleiben Grundsätze, aber ich richte doch keine Einzelperson. Ich sage nur die Grundsätze, dass jeder sich prüft, wo er steht. Ist das nicht der Ruf eines Arztes? Ist es nicht der Ruf eines Leviten, dass er das Gesetz erklärt und die Funktionen des Lebens? So lasst uns das klar und deutlich verstehen und lernen und durch Gottes Gnade wollen wir in der nächsten Stunde weitermachen. Amen.